Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Wände bei uns sind ab und zu hell. Ja, die sind natürlich die Föcherchen streng. Und auch wenn die Kühe zu jeder Zeit voraus sind, weisst du, die haben natürlich die saftigen Wesen mit der frischen Kräutchen, das sind schon ein wenig zu kotzen. Und jetzt seh ich eben da ein wenig über Susi getüftelt. Weisst du, äh, technisch. Ja, da. Da staunert er jetzt. Und das Beste. Die können lieber ein Mensch selber wollen, was sie schauen wollen. Ja. Hast du das gesehen? Wie die Maschine funktionieren Picobello. Du musst gleich mal den mal anschauen. Der ist ein Pudelwohl. Und was macht der Kuh, wenn es ihr Pudelwohl ist? Hä? Die Beste-Milch. Und was gibt's aus der Beste-Milch? Ja, den Beste-Käse. Und das hier, wäre dann schon der nächste Prototyp. Für die Gäse. Appenzeller. Der würzigste Käse der Schweiz. Die Beste-Milch. Die Beste-Milch. Die Beste-Milch. Die Beste-Milch.